Ist denn schon Ostern? Nein, liebe Freunde, aber frische Kräuter braucht man doch täglich. Und ich bestelle die immer vollkommen kontaktlos bei La Dio. Das sind meine Kräuter hier. Ihr seht hier zum Beispiel Babyspinat in so einem schönen Töpfchen. Guck mal, so die vier Personen. Das braucht man zu Hause übrigens jetzt in dieser Zeit. Natürlich mit viel frischen Kräutern kochen, denn frische Kräuter sind ja auch sehr gesund gegen das Immunsystem. Und wie gesagt, es ist kein Problem, die Kräuter zu bestellen. Deshalb denkt dran bei La Dio. Viel Freude beim Kochen und gesund bleiben.